Ja hi, willkommen zu einer neuen Folge 7 days to die auf meinem Kanal. Ich begrüße euch. Nachdem wir gestern ja schön das Fahrrad bekommen haben durch die Händlerquests, wird das heute ein schöner neuer Tag mit einem schönen neuen Händler. Wir haben den Händler U schon auf der Karte markiert. Da ist das Signal. Dann werden wir den mal besuchen fahren, den jungen Mann. Um etwas zu verkaufen, ja. Das nehme ich mit. Weil ich es gerade sehe, kleiner Tipp am Rande. Die scheiden altes Geld. Spart euch die. Weil je mehr ihr davon habt, desto wertvoller wird das. Fünf Stück sind zum Beispiel sechs wert. Ja, ich wollte das eigentlich so machen. Wie gesagt, fünf Stück sind sechs wert. Dann müssten ja zehn Stück zwölf wert sein. Aber die sind 13 wert. Und so steigert sich das immer weiter. Ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr dann so ein paar tausend von denen habt. Die sind dann zwölf bis dreizehn, vierzehundert wert. Von daher immer schön fleißig sammeln, liebe Leute. So, nach dem Tipp des Tages. Tipp des Tages, das könnte ich mir angewöhnen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Händler. Nein, nicht Wegbundspalien, schnelle Wegbundspalien. Schnelle Wegbundspalien. Ein schnelles Bike. Oh, ganz schön lieblich am frühen Morgen. Siehst du die Hand vor Augen? Alter. Ja, dann sehe ich die. Hab jetzt vielleicht auch ein weniger. Ich glaube, so glücklich habe ich nicht. Ein Häufchen. Hat jemand ein Häufchen gemacht? Da ist die Straße. Und jetzt noch Süden. Das ist falsch. Nee, das sehe ich richtig. Ich fahre mir erstmal nach Süden, soweit wie es geht. So, wenn wir den hinten erreicht haben, sind Rückweg, schneide ich euch aus. Hier auch Blödsinn. Den drin zu lassen. Oder ein bisschen was geladen gerade. Ausdauer. Warte, 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 warte. Erstmal. 2, 4, 6, 8, 9. Den nach unten. Trink was, mein Gutstherr. Trink. Das nehme ich mit. Das bleibt Fahrrad erst mal. Ja, sei leise. Keine Zeit, ich will zum Händler. Weit genug weg. Aber jetzt stell dir mal vor, das müsste ich zu Fuß machen. Das ist ein Tagesausflug zu Fuß. Moin, moin. Ah ja, gerade jetzt. Gerade jetzt, wo ein Zombie da ist, lässt die Ausdauer noch. War ja klar. Ah, die Richtung ist gut. Die Richtung ist gut. Fällt mir. Es klärt sich auf. Guten Morgen, meine Freunde. Ja, komm ran, Bo. Honk. Was hast du? Zweier Spitzhacke. Die besser wie meine? Ja, ist sie. Gut. Dann schraube ich aber jetzt hier noch ein bisschen rum. Ist eh noch zu früh für Handy. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Um. Ja, super. Bist du wieder der Blindfisch vor dem Herrn? Ist doch direkt einsam. Du doof. So, was haben wir hier? Das, 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 das. Was wird zerlegt? Den haben wir nicht so oft, denke ich mal. Oh. Ruf auf. Wer den Händler gemacht hat. Und eine Zweier-Quest. Und morgen, meine lieben Freunde, in der nächsten Folge, da werden wir schauen, dass wir eine Horde-Base haben. Wenn es nur was Kleines, Improvisiertes ist. Aber ein Horde-Base, es muss. Gut, jetzt. In den ersten Blutmund wird es nicht so schlimm werden. Gehe ich mal von aus. Aber auf der Straße möchte ich dann trotzdem nicht rumlaufen. Und da ist er schon unser kleiner, neuer Händler. Ich liebe you. Oh, Steve. Mach nicht hier an und dicken. Ach, sowas von pünktlich. Wenn ja nur die Deutsche Bahn genauso pünktlich wäre. So. Jut, dann zeigt mal, was du so hast. Ein bisschen Holz. Das ist ein guter Anfang. Dann. Wir haben 153 Schuss. Ja, die nehme ich aber gerne. Ah. Schade, keine Koteletts. Warte mal hier. Vorblechdosen. Ein bisschen Kleber. Ein Amboss. Das ist ein schöner Fund. Das freut mich. Das ist schön. Wenn you jetzt noch eventuell einen einen Blasmischbalk hätte. Das wäre super. Das wäre richtig super. Strahlungsentferner. Die habe ich schon drin. Aber ja, nochmal 102 Schuss. Nehme ich gerne. Bisschen Sand. Bisschen Metall. Bisschen Blei. Ein paar Steinchen. Das sind nicht wirklich wirklich Premium Sachen. 7,62 Schuss. Du bist ruhig da draußen. Hier komme ich später vielleicht. Nix, 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 nix. Oh. Hört ja gerade mal gar nichts. Der junge Mann. Daffelkotten habe ich schon, oder? Ja, habe ich schon. Was zum Trinken. Pipiwasser. Wissen Papier. Ja, das kann ich verkaufen. Kaffee ist gut. Wer legt denn die ganzen Knochen in die Schränke? Speak quickly. User ruhig. Zu dir komme ich gleich. Ich hoffe ja immer noch auf eine Pistole hier. Na, fast niedrig. Kotelett. Das werde ich mal gleich reindrücken. Äh. Trinken, trinken, trinken. Ja, da. Goldrute Tee. Und ein dunkles Kotelett. Was haben wir hier? Hackers nehme ich mit. Oder das darf bleiben. Ein Schränkchen. Noch ein Kotelett. Hi, ich hab da was für dich. Was hast du dazu? Ja, freust du dich darüber? Das kriegst du auch noch. Du bist bei mir. So, ein paar schöne Mods. Schießpulver. Honig. Honig. Honig wird gewendet, wenn wir zu leihen. Zuschlagen. Eine Stahlspitzhache für 840. Ausdauer 26. Aber dafür... Zum mehr. Ja, die kaufe ich. Auf jeden Fall. Da kann ich nicht dran vorbeigehen. Da brauche ich eine. 5.000 für eine AK. Nicht so teuer. Das habe ich ihm verkauft. Was haben wir hier? Compound Ambust. Das wäre... Warte mal. Eine Knarre bastel ich mir. Eine Knarre bastel ich mir. Wenn ich... ...wüsste, was ich nicht weiß. Genau, jetzt im Moment brauchen wir... ...ja, ich bräuchte ein paar Puppen. Ich nehme die mit. Ich nehme die mit, die anderen... ...Handfeuerwaffenthalen nehme ich mit. Und die Compound Ambust nehme ich mit. Und dann bin ich bleibe. Ich bin richtig eingetragen, hier. Ja, passt. Na gut. Doch, ich habe ich nicht gehört. Bonk. Hat der im Schlagen nach mir gehauen. Seit wann macht ihr denn das? Das ist ja ganz was Neues. Ich federe am Mann. Keine Federmann? Nö. Hab ich nicht. Gut. Dann fahren wir mal zurück. Wenn ich ohne hier noch mit zuluten... ...Sperran, da lese ich erst gar nicht. Oder gucke genau, was es ist. Weil das so ein... ...Skill ist, den ich nicht benutze. Von daher ist es mir auch relativ egal. Ein Feder. Eine Feder. Mich verkackern. Eine ganze Feder. Ja, macht nix, macht nix, macht nix, macht nix, macht nix. Alles gut, alles gut, alles gut. Strike, alles ist gut. Die Compound Ambust, die kommt sehr gelegen. Das dürfte dann im nächsten Quest nicht so schlimm werden. Und dann noch Pfeilspitzen dafür. Wenn wir nicht sogar welche daheim haben. Vorgebastelte Bolzen. So. Wie ich gesagt habe, das zum Händler, das schneide ich raus. Das braucht ihr ja nicht, euch zweimal anzutun. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich bin auch bei unserem eigenen Händler angekommen. All dieweil ich unterwegs noch ein paar Autos geschraubt habe. Weil wir ja die... Wo sind sie? Die Teile gebraucht haben. Jetzt verticke ich hier noch ein bisschen was. Wenn wir schon hier sind, den würde er bestimmt nicht haben. Nee, war klar. Noch irgendwas. Das wollte ich, glaube ich, behalten. Ja. Aber direkt aufgabe mitnehmen. 200 Meter abholen. Das ist nicht so. Nee, ich dachte, ich hätte was gehört. Ich dachte, ich hätte was gehört. Hier ist was drin. Nein, hier. Nein. So, jetzt kurz nach Hause. Ausladen. Bolzen holen. Hey, zu weit. So, da wird was draus. Ja, komm. Ja, ich weiß, ich bin da. So, Bogen haben wir zu legen. Das nach da. So rum. So rum. Das Läpperliden. Du wirst da oben reingelegt. Dann hauen wir die beiden Dinger mal da rein. Kaffee nach da. Kaffee nach da. Mod. Dann muss ich mich auch mal demnächst drum kümmern. Wo hatte ich? Da hatte ich. Dich habe ich gesucht. Dich habe ich gelesen. Dann drücke ich es jetzt mal nach da. Da ist Kleinigkeit zu verkaufen. Ja. Eisenpolzen für Armbrüste. Sehr gut. Neun, drei Stück. Das müsste reichen. Jetzt. Genau. Eine Werkbank. So. Ich kann doch gar keine Werkbank bauen. Schlicht. Machen wir das so. Dann kommt die Werkbank später. Schmeißen wir hier ein bisschen was rein. Ha. Ha. Doch nicht hier. Werkbank. Dann brauche ich für... voll verhellt. Sie hat die Pistole. 6. 15 Eisen. 3 Kliebeband. 3 Schraubenfeder. 3 Kliebeband. 3 Schraubenfeder. 7 Grundstoff. 15 Eisen. 7 Grundstoff. 15 Eisen. 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. So. Da können wir uns eine Zweierpistole basteln gleich. Dann. Ändern. Abschließen. Ne. Machen wir alles. Die Werkbank läuft. Ich packe die... ...Teile für die Knarre da unten rein. Wir machen sie erst die Quest. Bis dahin ist die... ...Werkbank fertig. Was ist das? Ah. Jo. Das ist in Ordnung. Die dürften nicht allzuland dauern. Das nehmen wir mit. Ah. Nicht gehört. Noch zu spät. Hm. Okay. Okay, okay, okay. Ha. Was gedacht, ich werde es nicht sehen. ...Den nochmal nachladen. Du bist geladen. Sehr gut. Kleiner Minusmensch. Ich hab gedacht, du würdest hier sitzen. Ernsthaft. Ich hab gedacht, der wird da unten um den Boden sitzen. Da hab ich reingeguckt. Schnell durchlooten, ohne drüber zu gucken. Dass ihr auch Content habt. Meine lieben Freunde. Zerkleinen, zerlegen, zerlegen. Das bleibt. Das bleibt. Nachladen, bitte. Ich wusste, dass da einer ist. Ich wusste es, dass sich da einer versteckt. Das war zu offensichtlich. Ich komme jetzt. Dicke Mann. Und noch ein Dicke Mann. Warten Sie. Ich habe keine Ausdauer. Immer einer nach dem anderen. Na komm hier. Zum Essen. Ja. Katzenfutter. Immer lecker. Diesen was zu trinken. Ein paar Teile. Hier weiter. Okay, okay, okay. I see. Ja, das Zeitwerk war Paulisch nicht. Auaah! Ich wette mit dir, sobald ich meine Pistole gebaut habe, finde ich direkt später eine. Was ist denn da? Das ist gut. Schauen wir doch mal, ob das geht. Nur noch hier irgendwo sein. Ich muss da drüben hin. Habe ich nicht gedacht. Ich muss da drüben hin. Der andere hin. Fehlt auch einer. Bist du doof. So, hab das jetzt. Ist ja schon ein bisschen schwer. Weil da manchmal da dieses Rumgespränge. Schiene. Bisschen Muni. Ein paar Sachen zu verkaufen. Schematik für den Generator. Nice. Rapparieren. Lernen. Die wäre was für meinen Bogen gewesen. Habe ich aber jetzt keinen mehr. Ja, die kann fahren. Ist einfach besser. Wenn da dann noch ein paar Schuss schön. Wenn da dann noch eine Zieloptik drauf ist. Das ist die Bombe. Tja. Ach, ich brauch doch die. Ah, ich hätte sie fast vergessen. Wo sind die? Ach da oben. Wenn die direkt da oben sind. Ist ja easy. Ich hätte sie aber fast übersehen. Die Drecksdinger. Hüpf. Wo geht's raus? Wo ist mein Fahrrad? Auf der anderen Seite ist mein Fahrrad hier. Also. So, meine Lieben. Dann sehen wir uns beim Händler wieder. ja ging jetzt schneller als gedacht hat hätte ich euch auch da lassen können ja klar immer dann egal ich nehme ihn ich nehme ihn das geht weg das geht weg dass das das kann weg das kann weg das kann ich verkaufen so dann fast fürchte ich hätte meine meine werkbank vertickt so schauen wir mal schnell durchgang aufhalten alles hier rein bullern gucken ob wir noch eine hinkriegen oder ob das ein fehler war was ich jetzt hier versuche nein gut einmal das wasser geheizt die ach die ist eklig weil ich weiß wo die säule sind und für ihn mal nachgefragt nachgelaufen wie es mal so wo seid ihr die sind es ok ich hier mal noch um hoch Fuck. Leute, ich glaube, das können unser Tod sein. Ja, ist es auch. Diese scheiß Wildschweine. Alter. Meine Fresse. Ärgerlich hoch 10. Das ärgert mich jetzt. Mein Pfad steht natürlich dahin. Aber ich habe die Quiz, wegen es nicht verkackt. Wie soll ich jetzt an mein Fahrrad rankommen? Das ärtzend. Wie soll ich an mein Fahrrad rankommen? Gehe mal ganz weit außen rum. In der Hoffnung, ich komme irgendjemand vorher dran. Diese scheiß Bastardschweine. Entschuldigung. Ne, die kommt schon wieder. So. Scheiß Viecher. Hab die jetzt davon. Das habt ihr davon. Das macht ihr nicht 52 Mal mit mir. Drecks Viecher. Mann. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Mann, 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 Mann. Dammde Axt. Ich muss dann hier viel zu schnell durch. Bband. Dammde Axt. Dammde Axt. Dammde Axt. Dammde Axt. Das ist noch einer. Au! Okay. was ist denn heute los junge junge was ist heute los mit dir ist doch nicht normal zweifach zweifach mod ich bin so durch den wind grad ja das muss ja auch noch seine das muss ja auch noch sein so dem fahrten bullshit soldier dieses quest gebäude mag ich nicht das reparieren tüpfchen hebe ich auf ich habe gerade die figuren noch einer naja das ist in der scheune war hier noch irgendwas schäufelchen über die waschermine ja nix drin wird hier praktisch kiste jetzt ist gut ist in ordnung nehme ich mit nehme ich gern motor schön vorsichtig auch die sinne schön wie aufgereiht ich liebe die compound anbrust ich liebe sie für angriffe aus nichts sind die so gut die armbrust ist quasi der randy ortens hier vom spiel die zu schlägt das ist wie ein ich weiß auf topic aber egal ist mein kanal da ist ein armküschchen feilchen danach das noch bücher headlight mod für fahrzeuge immer weg mit weg mit weg mit so schnell der hauptblut holen das sind vitamine sehr gut die kann man verkaufen die noch einmal aufreparieren bitte ja moped das ist hier ums haus versteckt glaube ich noch hier irgendwo ja mein ein ps moped tja dann einer zum handyman zurück abgeben dann werkbank aufstellen dann haben wir morgen schon unsere neue pistole zur verfügung das ist doch schon mal was entschuldigung ich muss mal was trinken ganz trockenen hals wenigstens habe ich die quest gemacht belohnung ja schön eine dapsi eine doppelte schrubflinde doppelläufiger da ist alles leer so jetzt hoffe ich mal ich krieg das das sieht noch drin ist auch noch aus sieht so aus ja sehr gut sehr gut war doch ein recht produktiver tag eins was mich genervt hat aaaah dieses unnötige sterben ach das ist so ärgerlich das ist so ärgerlich das ist so ärgerlich das kann weg 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 Töpfchen hier ein machen wir hier ein bisschen Motorteil und sowas und das und das und das immer Mods so jetzt stellen wir doch erstmal die Werkbank heute noch hier hin sehr schön haben wir da Platz für hier bumm jetzt haben wir jetzt noch hier ne den so den nach da auf elf paar Sachen wegdrücken so was können wir hier einbauen verändern gar nix okay doch die 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 straße entfernt nein das ist schon mal was zack und zack erstmal nach da das kann weg das braucht man halt nach da haben wir hier noch ein zwei batterien bitte nach da oben danke hier mal die teile für die pistole das war knapp 49 was kriegen wir daran in die pistole nahkampf waffen nahkampf waffen das rein in die pistole das war's ist ja nicht viel das muss man hier noch unterkriegen verändern das haben wir noch einen punkt ja den vergeben wir noch gemeinsam und dann bin ich raus wo machen wir den hin ja intelligenz dass wir hier auf vier kommen früher oder später machen wir den da rein und mit der vergabe des punktes verabschiede ich mich für heute wir sehen uns beim nächsten mal bleibt gesund tschüss